Kann mich mal bitte jemand mitnehmen? Dennis, hast du mich eingeladen? Ja, ist gut. Eins? Ich hab keine Ahnung, was das Spiel ist bei mir und lach. Eins, 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 eins. Hey, wartet auf... Oh, jetzt werde ich aber noch überfahren. Ich hole dich auf. Das ist sehr freundlich von dir. Vielen Dank. Wir fahren, wir fahren! Nein! Was war das denn? Keine Ahnung. Was ist passiert? So, wo bin ich denn jetzt in der Sitzung? Gut, gar nichts für euch. Fahr mal näher ran an ihn! Fahr mal näher ran! Wäre nett, wenn mich auch jemand einladen könnte. Okay, wir sind irgendwie ein bisschen langsamer. Oh, bam! Ja, ich mach doch was. Na, komm. Na, bist du blöd. Wie ich ihn nicht kriege, wie ich ihn nicht kriege! Ach nein! Du hast dich irgendwann auch selber mit in die Luft gesprengt. Das musst du beides bezahlen! Wie teuer ist das Auto? Mein Auto ist 10.000. Also, muss er bezahlen. Ah, okay. Buch! Ach! Achso, ich glaub ich hab dir erst in die Spülern dann geschickt mal, ne? Das kann sein. Ja, da kam irgendwie grad eben eine Nachricht. Ich wollte ja auch passenlos. Naja, hast du geschickt. Ja, äh... Tret dir mal bei, wenn das laden würde. Ja, ich bin jetzt nicht beigetreten, ne? Oh, dann hab ich dir... Oh, Mann, ich bin so ein Honk. So... Ich kann nicht beigetreten. Wo spawn ich denn hier? Was soll das denn? Ja, ich auch. Mein Auto steht oben auf der Autobahn und ich bin unten drunter gespawnt. Ich hab nicht mal ein Auto. Ich muss mir grad eigentlich eins bestellen. Hoffentlich kommen wir mit dem Mechaniker hier nach unten. Und nicht unten auf die scheiß Brücke. Ich, äh... Manuel, kannst du nicht reinladen? Oh... Ja, mach ich, warte. Können du mir auch einen Helikopter bestellen? Ich bin tot. Ey, Dennis! Schau, das wollen wir jetzt nach oben, oder? Ja, das kann sein. Die Mechanik kann ich anrufen. Äh... Nein, ich bin wieder unten. Warte, 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 Julian. Ich lad dich ein. Ja, das ist verurteilt. Ja, ich kann den hier mitnehmen. Mit dem... Ich gucke grad meinen Mechaniker an. Der Auto. Ja, also mein Mechaniker möchte grad nicht kommen. Der ist gerade beschäftigt. Meiner auch. Oh, was die gerade machen. Die machen gerade Mechaniker-Sex. Hey, wer hat meinen Edda geklaut? Wer hat die Kogus... Wer hat die Kogusnuss? Wer hat die Kogusnuss? Er ist noch da. Die schieben ihn auf der Autobahn grad nach vorne. Toll. Alter, das ist doch behindert. Was denn? Mein Mechaniker ist beschäftigt und ich bin hier irgendwo in der Balachei. Warte, aber wo bist du? Oh. 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 Ah, du bist da eigentlich... Ich kann nicht abholen. Ja, ich bin da... Ich bin da halt unten. Alles... Ich... Töten. Lass dich doch... Ah, ne, warte, warte. Ne, ne, okay. Ich seh grad schon ne Straße. Alles gut, alles gut. Ich bin auch auf ner Straße, aber ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Mein Mechaniker ist wahrscheinlich nur wieder zu dumm. Ich mein, wofür hat man bitte Mechaniker, wenn man den nie bekommt? Wenn der immer grad beschäftigt ist oder so. Das ist doch echt scheiße. Ich hab grad voll Bock Gitarre zu spielen irgendwie. Ja, nicht jetzt in der Aufnahme. Ne, ne, klar. Das hast du schon mal gemacht. Ja. Ich mach hier in GTA Golf gespielt. Hä? Ich mach hier in GTA Golf gespielt. Ja, das ist geil. Ja, mit Bill Hahnheim. Ja, ich Dennis und auch ein Kumpel. Ich hab jetzt das richtig Premium-Auto. Ja, ich auch. Warte, ich muss da längs. Wer ist denn da hinten? Wer ist denn Dennis? Manu? Ja? Kannst du mich mal abholen? Ähm, ich hab keine Ahnung, wo du jetzt bist, aber ja. Auf der anderen Seite von der Brücke. Warte, ihr seid da unten. Was machen wir jetzt überhaupt? Ähm, weiß ich gar nicht. Wie schön. Wir könnten alle Jets holen und dann so Formationsfliegen machen. Das wird jedes Mal machen. Ich kann Jets saugut holen. Warum sollen wir Formationsfliegen machen? Das wird doch sowieso darin enden, dass irgendjemand in den anderen reinfliegt und dann alle abstürzen. Ja, das kann gut sein. Aber wir machen das Challenge. Wer erst erst den Jet bekommt und dann in Los Santos landet. Was? Wir machen so ein Rennen. Wer erst den Jet bekommt und dann in Los Santos landet. Wer zuerst einen Jet hat vom Militärstützpunkt. Ja. Ja. Aber jeder muss das Cache-Auto haben. Okay. Ja, okay. Das klingt dann auch fair. Ja, ich lauf hier immer noch irgendwo rum. Ja. Gleiche Auto. Also, ja. Also, Timo und ich haben ja schon mal das gleiche Auto. Ja, ich suche das gerade. Auto GT heißt er. Okay, warte. Timo, komm her. Wir starten hier. Also, ich würde sagen, wir nehmen den Startpunkt mit dem gleichen Auto und dann müssen wir halt zur Militärbasis unseren Jet holen und dann bei dieser linken Lande und Strafbahn landen. Bei der linken? Ja, wenn du auf die Karte guckst. Die blinken jetzt. Ja, Hauptsache man steht auf dem Flughafen. Flughafen. Ja, ich komm hier nicht runter von der Autobahn. Flughafen. Ja, wir brauchen doch alle dieselben Autos, nichts Wohnheim. Sonst geht's ja gar nicht. Ja, ja. Ist schon klar. Ja, nehm mal meins eins. Ich nehm nur... Hey, hier. Weiß das. Ja, dann nimm das aber das neben mir. Ah, du hast keine... Guck mal, wir sind besser als du. Wir haben einen Spoiler drauf. Ah, toll. Jetzt fühlt ihr euch ganz toll, oder was? Welches Auto habt ihr hier? FUTU-GT. Kann ich nichts mit anfangen. Fabi, kurze. Sonst Gammel. Da, eben war noch eins. Manu? Ja? Erinnerst du dich noch an, dass ich eingesperrt bin? Ja. Das war auch so geil. Ich hatte mich grad wieder hinter Sonstone. Das war aber nicht in der Aufnahme, glaube ich. Ne, weiß ich nicht. Üben, das ist das falsche Auto. Ich weiß. Die fahren hier überall rum. Ja? Ich guck mal. Ja, ja. Musst du kurz ein bisschen suchen. Ich glaub, da kommt grad eins. Oder? Ja, da kommt grad eins. Andere Seite. Wann oben? Ich bin der einzige im schwarzen Auto. Du bist doch im schwarzen. Ne, Timon, du bist doch schwarz, oder? Ne, ich nicht. Im Spiel, ja. Ach so. Ja, ja, im schwarzen. Äh, im schwarzen. Im Spiel bin ich der. Oh, da ist jemand böse auf mich. Ja, egal, komm bis her. Okay, wir haben jetzt... Ja. Ja. Weil ich hab' ich mal zum Spontanstein. Oh, will der mich verarschen? Okay, alle zu Dennis sind im Spontane Rennen. Ja. Was will der da? Doch jetzt sind die Gangster... Ich nehm' mal eben die Einladung zum Spontane Rennen an. Dann stell' ich mich halt hier hin. Wartet mal, ich hab' immer noch mal so ein Schwarz geschoben. Okay, ähm, ja, wann geht's los? Hey, seid ihr alle bereit? Oh, was soll das? So ein Bastard! Ah, lass mich hier... Nein, warte! Okay, jetzt. Ihr dürft gerne nach... Warte. Ach, bin ich grad' wieder rausgegangen aus dem Spontane Rennen? Ja. Kannst du mich nochmal einladen? Egal, komm mal. Jetzt fahren wir schon. Nein! Ah, kacke. Komm, Manu, wir schaffen das. Aber jetzt, das sagt ja noch nicht, dass du auswärts zuerst da ist. Ja, man muss ja einen Jets kriegen. Ja, na, noch landen da. Einfach, Manu, hinterher, ich hab' keinen Weg. Nein, der beste Jets ist eh mal im Hangar, also... Ja, ich werd' nicht. Wieso rammen mich denn jetzt die Autos? Hä, Junge, ich weiß nicht mehr, wo du bist. Hinter euch. Oh, die Kremsekonne ist scheiße. Ja, was? Boah, ich bin voll weggetrefft. Graviale. Deine Reifen sind kaputt, ich krieg schon wieder... Mann. Ey, krieg dich schon wieder einen Schaden. Ich bin schon wieder angepisst. Ich bin extrem schlecht dafür. Wer hat sich denn gerade gedreht? Ich. Nein! Oh, wie schlecht ihr alle seid! Das ist auch nicht kontrollierbar. Habt ihr keinen Führerschein, oder was? Das ist auch keinen. Aber bald! Erzählt nicht. Naja, okay, aber ich mein, erster sein hier ist auch jetzt nicht alles. Boah, das Auto! Oh, alter Schwede! Das ist ja auch behindert, ey. Was denn langsam? Wer ist denn da gerade ganz vorne? Meine Reifen sind kaputt, mein Auto ist im Arsch. Jetzt nicht mehr. Ich bin nicht ganz vorne. Das ist doch unfair. Ach komm, Junge, stell dich mal nicht so an. Ja, ich hab' ja gesagt, ich bin ein schlechter Verlierer. Ja, ich hab' ja eigentlich auch, ab und zu. Tröber im Monopoly hab' ich immer geschummelt. Jetzt kommt's raus. Jetzt kommt's raus. Ich fühl mich so viel besser jetzt. All die Jahre. Oh man, ich kann nicht mehr richtig nach rechts lenken. Ja, mein Auto lenkt nur noch nach links. Das find' ich auch scheiße. Das hol' ich auf. Warum ist bitte hier schon das Rennen vorbei, das Spontanrennen? Ja. Ja, nur damit, wie ich hier am Anfang in Italien sprechen. Ah, okay. Ich brauch' das Verlierer, oh. Aber das ist jetzt mein Auto fast noch heilig. Also dafür, dass mir nen Reifen fehlt, fahre ich grad ganz gut. Ja, du hast mein Auto. Was, dir fehlt nen Reifen? Junge, du hast nen Disconnect. Nein. Bei mich grad, du hast das Spiel verlassen. Nicht hier mehr als. Doch. Doch. Ach nee. Dennis, willst du mich mehr überrollen? Gut, dann trete ich euch bei und dann moderiere ich das und gucke zu. Ja, okay. Wow! Ich bin voll gegen den LKW gefahren. Ich kann euch nicht beitreten, weil ich bei mir noch in der Sitzung drin bin. Ja, toll, jetzt ging's bei mir. Und jetzt bin ich tot. Alter, weil wir weg, äh... Oh, Alter, Alter, Alter! Ich hab' keine Ahnung wer. Ich war bei Dennis. Ich bin's nicht. Ah ja, bei Dennis. Was denn? Dein Controller ex... äh, äh... Vibriert. Vibriert übel. Dein Controller explodiert. Manu, kannst du mich bei Gelegenheit mal einladen? Wenn ich das Rennen gewonnen hab, ja. Ja, super. Kann ich auch nicht... Ja, Jürn, ich möchte das nicht verlieren. Hier geht's um Ehre. Ich bin eh der Letzte. Ich bin der Letzte. Ich bin Vorletzter. Ich bin Erster. Schön, dass wir uns alle einig sind. Ich glaub, bei mir hat's die ganze Zeit geklingelt. Ich bin nicht dran gegangen. Bei dir hat's immer so vibriert. Oh, das war knapp. Was hast du denn du für eine Klingel? Nein, nein! Ach was? Oh, schon wieder ein LKW getroffen. Ähm... Ey, Manu, wohin? Ja, ich wollte Anlauf nehmen. Ich mein, das dauert auch erstmal ein bisschen. Hast du gedacht, ne? Hast du gedacht? Also, ich war drauf vorbereitet. Boah, das hat aber knapp, ne? Ja, das war echt knapp. Oh, komm, komm, flieg, 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 flieg! Oh, ja, geschafft. Jetzt hat man so Buf explodiert. Das hat mir ganz knapp geschafft. So, Dennis, wer bekommt zuerst hier ein Jet? Ja. Boah, jetzt kommt nicht gleich ein LKW. Oh, ist vorne da irgendwo ein Panzer? Nee, komm, das ist meine Anließe. Nee, nicht rausschießen, so sei fair, ne? Ja, ja. Ich kann doch hier immer noch nicht beutreten. So, ich bin in dem Mittelding gelandet. Ich hab noch keine Sterne. Ich weiß, wie man ohne Ständer reinkommt in den Militärplatz. Oh, okay, ich hab'n Jet, ich hab'n Jet, ich bin so. Oh, okay, ich hab'n Jet, ich bin so. Ohne rein, oder? Also mein Taxi? Ja, auch Taxi, komm mal rein. Okay, mit nem Taxi kenne ich das noch nicht. Ich bin schon auch genug mit einem Taxi reingekommen. Ja, also ich fliege jetzt mal ganz gemütlich. Oh, der Panzer hat mich kaputt gemacht. Ja, ich fahr' auch mein Auto nicht mehr so richtig. Ja, ich wurde durch den Panzer kaputt gemacht, weil ich nicht mehr fahren konnte. Einfach irgendwo landen, oder? Nein, am Los Angeles Castle, also am LS. In International Air Force. Ja. Ja, also auf'n Flughafen meine ich halt, ne? Oder? Naja, ich bin zu vorm in Jet Zone. Ich bestell' mir mein Heli. Double T bestellen. Dennis, wie weit bist du? Ich wär' ab jetzt auf'n Jet. Ich bin gleich da. Ich bin erst grad los. Ich muss erst dann holen, wenn ich stürme. Marcel, wie sieht's mit dir aus? Du bist so ruhig. Ich bin auf Militärbasis. Ah, okay. Sobald ich lande, hab' ich gewonnen, ne? Ja, dann bist du erst. Okay. Unverdient. Nur weil ich rausgeflogen bin. Ha. Du hattest dir keine Chance von Anfang an. Das ist ja gar nicht gesagt. Ja, ich weiß das. Du hättest wieder Unfälle gebaut ohne Ende. Ja. So, jetzt, liebe Zuschauer, seht ihr eine butterweiche Landung. Hoffentlich explodierst du. Ja. Okay, die war nicht ganz so butterweich, aber... So, jetzt mal ganz langsam. So, und ich bin gelandet. Guck mal, ich starte euch mal kurz ein bisschen, weil ich noch Zeit hab. Nicht schon mehr ein Heli. Buzzer. Ich hab jetzt nen Jet. Ja, guck mal, ganz easy, so. Keiner ist hier. Ich wär' da gewesen. Ach, Quatsch. Doch. So, dann hab ich mal gewonnen, würde ich sagen. Ähm. Dann kannst du mich doch gerne in die Sitzung einladen. Dennis, der kommt da gerade schon. Den seh' ich schon im Anflug. Ach, der kommt jetzt gerade da, wo ich gerade eben gelandet bin. Wo ich gerade stehen geblieben bin, kommt der. Ich bin zu blöd, um mit dem Motorrad auf die Autobahn zu fahren. Ja, Jürgen, ich lade dich eben ein. Warte kurz. Das wär' ganz, ganz nett von dir. Ja, ich bin einfach so ein Netter, weißt du. Ich will dich ja nicht unter Druck setzen, aber ich find das echt asozial. Warum? Werd' ich hier ausgeschlossen. Weiß, der Internet schließt dich aus. Da fliegt Dennis, qualmend. Ja, Mann, ich bin gegen ein Fahrzeug geflogen. Warte, ich komme. Ich komme zu dir, Dennis. Ich komme zu dir. Ja, lass mal nen Hangar. Lass mal nen Hangar stehen. Okay. Irgendwann visiert mich grad an. Ja, ich gerade, aber das ist automatisch, ja. Warte, was auch. Wirst du mir schon eine Einladung geschickt? Ja, ja, aber ich weiß nicht was. Du hast flucht. Hat grad jemand was gefragt oder so? Nee. Hä? Einen Fehler hast du aufgeschlossen. Julian, du bist offline. Du bist aufgeschlossen. Was ist das denn für eine Sache? Ähm, das hat sich vorhin auch, du musst die PS3 noch mal neu starten. Nö. Als gestern auch, viermal. Aber die Nachricht hab ich trotzdem bekommen. Ja, wir haben grad mal 57 Minuten rum. Ja. Dennis? Mit dem Finger... Dennis? Ja? Ähm, wickst du da grade dein Mikrofon oder was rauscht du da so? Ja, das steckt ja sicher in meinen Arsch. Das wird der FK. Nein. Gar nicht wahr. Komm, wir machen mal Formationsfliegen kurz, ja? Ja, ich will mal, wie man aussieht hinten. Komm mal mit auf die Startbahn hier. Aua! Hintereinander oder nebeneinander? Ähm, leicht, leicht versetzt. Leicht versetzt hintereinander. Also, warum macht ihr das eigentlich mit dem Jet und ich mit dem extra dafür konstruierten den Grundzug nicht gern? Weil wir den grad nicht haben. Mann, er ist aus. Mein Jet ist aus. Oh, dann... Oh, nö. Hä? 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 Komm, Marcel, wir batteln uns jetzt noch ein bisschen in der Luft, ja? Ja. Ey, es gibt so ein Spiel, da kann man sich mit Jets battlen, das ist geil. Es gibt auf dem PC War Thunder, da hat man so aus dem, ich glaub, 2. Weltkrieg oder so, oder aus dem 1. Weltkrieg. Ne, nicht mehr 1. Weltkrieg. Ich glaub, ich glaub, aus dem 2. Weltkrieg, so Flugzeuge. Ähm, dann battelt man sich halt da immer online. Ich mein, bei GTA. Ja, ja. Ach so, bei GTA auch. Auch. Bei mir klingelt. Ah! Da. Ich muss mal kurz zwischen den anderen. Komm, wir sehen noch an, äh, äh, ah, komm, 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 komm. Komm, mach, 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 mach. Ah, Mann. Eigentlich kann man auch so, so, ähm, Suizid begehen. Einfach so, nicht reinfliegen. Was ist das? Ich hätt das eben schon 2 Mal eigentlich geschafft. Aber wir nehmen doch schon länger als ne Stuhl, oder? Nein. Nein. Wir labern nur schon so lange. Und wir schwimmen auch eh weg, wenn man sich einbaut, die eine Seite aufnimmt. Ah, warum erwischen die dich nicht? Ja, jetzt aber. Komm, 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 komm. Ah, komm, gleich hab ich dich. Komm, ich hab dich gleich, hab dich gleich. Marcel, du kannst dich auch gerne bei Team Speed kurz muten. Ja, ne. Du kannst ihn doch Talkpower entnehmen. Ah, ne, hören wir nicht, wenn er wieder saß. Ja, eben. Schlau gedacht von mir. Ah, das ist aber auch hier ein Battle hier in der Luft, äh, ich jag ihn die ganze Zeit. Ich wär gern dabei gewesen. Scheiße, Mann, wo ist er jetzt? Jetzt wird der Jäger zum Viagten, aber egal. Erstmal jetzt hier Dennis kurz wegmachen. Boah, ich darf nicht während jeder Aufnahme zwei Lichter trinken. Das ist echt. Bis.